im video zu strats und guis haben wir schon das interface action listener und die klasse action event gesehen es gibt aber noch mehr listener interfaces und noch mehr event klassen hier sehen sie einen kurzen überblick offensichtlich sind wie die namen wie diese sprechenden namen sagen diese verschiedene listener und event klassen für unterschiedliche situationen für unterschiedliche arten von events gedacht wir werden diese listener interfaces und event klassen gleich mehr oder weniger oberflächlich durchgehen hier sehen sie eine möglichkeit solche listener ins spiel zu bringen nicht nur bei einem button oder bei anderen bestandteilen von fenstern wie wir sie noch gleich sehen werden sondern auch beim fenster selbst auch die klasse frame hat solche registrierungsmethoden für listener hier sehen sie drei davon für drei der listener interfaces die wir eben gesehen haben wir schauen uns die verschiedenen listen interfaces und die zugehörigen event klassen der reihe nach an und beginn mit key listener und key event key listener key event ist zuständig für events ereignisse die auf der tastatur passieren nicht keyboard die tastatur key die einzelne taste was kann so alles auf der tastatur passieren es kann sein dass wir auf der tastatur eine taste kurz antippen das ist key typed also wenn ich die mauszeiger im fenster habe in dem ein key listener registriert ist und ich tippe dann ganz kurz eine taste irgendeine taste auf der tastatur an dann wird diese methode key typed aufgerufen und key event enthält dann zusätzliche informationen unter anderem welche taste ich eigentlich dann angetippt habe key pressed und key released das ist ein anderer fall nämlich key pressed wird aufgerufen wenn ich eine taste auf der tastatur runter drücke aber halte also nicht sofort bei wie beim antippen wieder freilassen und key released wird dann aufgerufen wenn ich vorher einen knopf eine taste runter gedrückt und gehalten habe und dann wieder freilassen wir implementieren jetzt eine beispielhafte key listener klasse die ich mikey listener nenne aber wir benutzen jetzt eine bequeme möglichkeit die in der java standard bibliothek schon vorgesehen ist nicht nur für key listener sondern auch für andere listener interfaces nämlich dass wir nicht direkt unmittelbar das interface das listener interface implementieren sondern von einer klasse aus der java standard bibliothek ableiten die dieses interface implementiert die die heißt in diesem fall hier key adapter und diese klasse implementiert alle methoden von key listener von diesem interface key listener aber sie implementiert alle diese methoden so dass diese methoden gar nichts tun das heißt also leere sequenzen von anweisungen im methoden rumpf jeweils der sinn der sache ist das sehen sie auch hier wir sind vielleicht nur an einer der verschiedenen möglichkeiten interessiert was man mit auf der tastatur so alles machen kann ja wir sind vielleicht nur interessiert an dem fall dass ein event passiert wenn wir den die taste runter drücken und gedrückt halten wir sind vielleicht gar nicht daran interessiert dass irgendwas passiert in den anderen beiden fällen und dann können wir einfach so wie hier die methoden werden ja vererbt die wir hier nicht überschreiben wir überschreiben hier nur in diesem beispiel key pressed das heißt also key typed und key released werden von key adapter an my key listener vererbt enthalten keine anweisungen das heißt das was wir eigentlich erreichen wollen dass nur in dem fall key pressed tatsächlich etwas passiert und in anderen fällen nicht der ist damit dann erreicht und sie sehen hier eine typische möglichkeit wie wir informationen aus dem key event holen und nutzen nämlich mit der methode get key code damit wird eine beschreibung der der taste die wir gedrückt oder in diesem fall herunter gedrückt und gehalten haben zurückgeliefert die wir dann abgleichen können mit verschiedenen klassen konstanten der klasse key events sie sehen hier zum beispiel vk unterstrich a das ist die taste a colon das ist die taste mit für den doppelpunkt englisch colon und auch tasten die gar kein schreibbares zeichen bilden wie backspace können wir damit dann ausdrücken ja in der beschreibung der klasse key event finden sie eine auflistung aller dieser verschiedenen klassen konstanten das prinzip sollte jetzt anhand von key listener key adapter und key event klar geworden sein so dass wir jetzt in den bei der betrachtung der weiteren listener interfaces und event lassen nicht mehr ins detail gehen sondern nur noch semarisch oberflächlich uns das kurz anschauen mouse listener ist das können sich ja vorstellen ist dafür da events die von der maus kommen zu behandeln maus klickt ist so ähnlich wie key type wenn wir ganz kurz auf eine taste der maus klicken press und release ist dasselbe wie key press und key release bei der tastatur und entert und exited das bezieht sich jetzt auf das objekt an dem dieser listner registriert ist das ganze fenster oder nur eine komponente des fensters wie ein button wenn diese komponente durch den maus zeiger betreten oder verlassen wird also wenn ich den maus zeiger jetzt in diese komponente hinein schiebe oder aus der komponente wieder heraus schiebe dann wird mouse entered beziehungsweise mouse exited aufgerufen speziell für events die einer maus passieren haben sich noch zwei listener interfaces als nützlich erwiesen und sind dementsprechend in der java standard bibliothek enthalten maus motion listener und maus real listener maus motion listener ist dafür zuständig wenn sie die maus bewegen mit heruntergehaltenen taste dann wird maus direkt aufgerufen wenn sie die maus bewegen ohne eine taste herunterzuhalten dann wird maus moved aufgerufen und maus will moved ist dafür da die koordinaten änderungen die sie auf dem maus pad dann realisiert haben die zu registrieren und darauf zu reagieren die oberste zeile haben wir schon besprochen klasse key adapter in der java standard bibliothek implement das interface key listener und wenn wir mit eigenen klassen das interface key listener implementieren wollen dann können wir einfach von key adapter ableiten müssen nur die methoden schreiben die uns wirklich interessieren alle anderen bekommen wir vererbt von key adapter mit leerem inhalt mit leerer anweisungsfolge also ohne effekt wie sie jetzt hier an dieser übersicht folie sehen hat man sich dagegen entschieden eins zu eins zu jedem listener interface jeweils eine adapter klasse zu bauen sondern man hat sich dafür entschieden nur wenige adapter klassen zu bauen die jeweils mehrere listener interfaces implementieren als komponenten typ den wir in ein fenster einfügen können haben wir bisher nur klasse button gesehen jetzt in den folgenden folien werden wir so nach und nach andere komponenten arten sehen die sie hier aufgelistet finden canvas bedeutet englisch unter anderem leinwand zum beispiel im sinne von leinwand für gemälde und genau in dieser bedeutung ist das wort canvas hier gemeint das heißt konkret wenn so wie hier mit methode add eine solche leinwand eingefügt wird die methode add kennen wir ja schon von klasse button vom einfügen von buttons in fenster wenn jetzt hier eine solche leinwand eingefügt wird dann ist die im fenster assoziiert mit einer rechteckigen fläche und mit der methode paint die da oben angedeutet ist können wir bestimmen was in dieser fläche gezeigt wird das heißt es ist keine interaktive zeichenfläche sondern wir schreiben mit mit in methode paint hinein was alles in dieser zeichenfläche zu sehen ist das können zeichnerische elemente diagrammelemente sein können aber auch bild elemente sein alles möglich typischerweise wird man nicht direkt mit klasse canvas arbeiten weil die methode paint von klasse canvas nichts anderes tut als eine leere fläche zu zeichnen sondern um etwas sinnvolles eigenes zu zeichnen wird man so wie hier eine klasse wie die ich hier mein canvas genannt habe ableiten und in der überschreibenden methode paint dann entsprechend die logik der zeichnung einfügen wir nehmen uns zum verständnis der klasse canvas nur ein einzelnes illustratives einfaches beispiel her nämlich in der zeichenfläche sollen diese ellipse und der text darunter genauso positioniert wie auf dieser folie zu sehen sein das reicht um zu verstehen wie die klasse canvas prinzipiell funktioniert alles weitere was wir hier dann nicht besprechen sind details die sie jederzeit in der dokumentation nachlesen können die anweisungen die wir in der methode paint zu schreiben haben um tatsächlich auf der leinwand im fenster eine entsprechende ellipse und diesen text hinein zu zeichnen diese anweisungen sehen sie auf dieser folie und auf der nächsten folie als wir uns die methode paint eben angeschaut haben da haben wir noch einen punkt unterschlagen nämlich dass die methode paint eine parameter hat von klasse graphics klasse graphics haben wir schon in unserem beispiel in kapitel 2 des systematischen durchgangs durch die den vorlesungsstoff da haben wir die klasse graphics schon gesehen nämlich als die brücke mit der wir vom programm aus tatsächlich auf irgendeine art von zeichenfläche irgendetwas zeichnen können und genau darum geht es hier auch sie können sich das so vorstellen die vom fenster aus wird die methode paint aufgerufen und das fenster gibt dann ein objekt der klasse graphics oder einer abgeleiteten typ von graphics mit in dem information zur zeichenfläche kodiert sind und wenn ich dann tatsächlich methoden zum zeichnen von irgendwelchen geometrischen figuren mit diesem objekt der klasse graphics aufrufe dann wird das in diese zeichenfläche in diese leinwand in dieses canvas objekt in diese rechteckige fläche im fenster hinein gezeichnet diese zeichen befehle die dann tatsächlich zum eigentlichen zeichnen zur darstellung führen die sehen wir auf der nächsten folie hier auf dieser folie geht es vor allem erstmal darum dass die methode die klasse graphics auch methoden anbietet um informationen von dieser zeichenfläche von den aktuellen einstellungen dieser zeichenfläche zu holen die natürlich auch mit entsprechenden methoden der klasse graphics auch überschrieben werden könnten aber hier überschreiben wir nicht die einstellung der klasse graphics hier holen wir sie nur als informationen heraus und nutzen sie um diese zeichnung genau so darzustellen wie wir es möchten und sie sehen hier zum beispiel schon eine möglichkeit in der zeichenfläche ist ein ist immer ein aktuell eine schriftart eingestellt also schriftart heißt einerseits natürlich ob es helvetia oder areal oder times roman oder was auch immer ist heißt aber auch auf der anderen seite die schriftgröße und ob es fettdruck oder kursiv und so weiter ist das alles macht die gesamte schriftart aus und es gibt eine klasse font matrix die zu nichts anderem gedacht ist als genau mit diesen eigenschaften einer schriftart umzugehen und sie sehen hier möglichkeiten die die wichtig sind für uns um den text unter der ellipse korrekt zu platzieren um dazu zum beispiel nicht überlappungen zu produzieren mit der ellipse oder oder überlappungen mit dem rand der zeichenfläche zu produzieren oder ähnliches und dafür gibt es die nützlichen methoden die sie hier sehen die wir hier verwenden die erste methode die ist dafür da zu bestimmen wie hoch der höchste buchstabe über die grundlinie der schrift gehen kann und der zweite entsprechend es gibt ja buchstaben die unter die grundlinie gehen wie zum beispiel j oder auch g kleinbuchstaben und mit dieser methode hier wird abgefragt wie tief das maximal gehen kann also wie tief irgendein buchstabe maximal unter die grundlinie gehen kann und beides addiert ergibt natürlich die maximal größe die ein string in vertikaler ausdehnung einnehmen kann dann können wir uns auch noch informationen über die koordinaten des rechtecks dieser rechteckigen zeichenfläche hernehmen die wir verwenden können die genauen details warum wir das so und nicht anders machen werden noch mal in dem video dazu entschuldigung nicht im video in dem folien satz mit den notizen hier auf das hier wieder wie üblich in der rot gelben wolke verwiesen wird dann noch mal genauer dargestellt das soll jetzt nicht das ziel der sache sein hier sondern wir erstellen einfach nur fest wir können zum beispiel hier mit dieser methode informationen die xy koordinate des oberen linken eckpunkts der zeichenfläche und die breite und die höhe abfragen und können das nutzen um vernünftig diese ellipse dann zu skalieren so dass sie überall vom rand ein bisschen abstand hat und noch platz für den text gelassen wird hier sehen sie die anweisungen die notwendig sind um die ellipse so in die zeichenfläche zu zeichnen wie wir es eben auf der folie angedeutet gesehen haben das heißt also mit gelber innenfläche mit rotem rand und so platziert so dimensioniert in der zeichenfläche dass an allen seiten noch ein bisschen rand übrig bleibt und auch noch platz unten für den text übrig bleibt so und sie sehen dass hier das haben wir auch schon in dem beispiel mit den geometrischen datenstrukturen in kapitel 2 des durchlaufs gesehen dass wir hier auf die art und weise die farbe setzen können mit der dann die nächsten anweisungen die nächsten zeichen anweisungen ausgeführt werden solange bis die farbe wieder neu gesetzt wird die klasse color hatten wir schon gesehen das heißt also ein objekt der klasse color ist dafür da eine bestimmte farbe zu repräsentieren in rot grün blau und diese konstanten hier wie yellow und red enthalten schon die grundfarbe grundfarben die die namen jeweils besagen mit fill oval können wir eine ellipse gefüllt zeichnen mit draw oval eine ellipse ohne füllung zeichnen und diese parameterwerte haben wir eben auf der vorgegangenen folie definiert hier auf dieser folie jetzt sehen sie die anweisungen die notwendig sind um diesen kleinen text unterhalb der ellipse korrekt zu platzieren und letztendlich zu zeichnen mit drawstring wird dieser string gezeichnet und hier sehen sie dass wir die ganzen möglichkeiten zur abfrage genutzt haben um den string korrekt zu dimensionieren und genau mittig zu platzieren wie gesagt alles weitere zu diesem beispiel finden sie in den notizen zu den systematischen durchgang durch den vorlesungsstoff bei oberflächlicher betrachtung ist die klasse checkbox sehr ähnlich zur klasse button ja wir können so wie wir ein button einfügen konnten oder auch ein canvas eben können auch eine checkbox hier einfügen und versehen mit einem listener allerdings nicht vom typ action listener sondern vom typ item listener aber es gibt einen fundamentalen unterschied zwischen button und checkbox checkbox hat zwei ein von zwei binären zuständen immer angeschaltet oder ausgeschaltet wenn wir die checkbox einrichten dann ist sie ausgeschaltet wenn wir das erste mal als nutzer darauf klicken dann ist sie angeschaltet wenn wir wieder darauf klicken sie ausgeschaltet wenn wir wieder darauf klicken sie angeschaltet und so weiter und sofort also zwei binäre zustände und das ganze illustrieren wir an einem kleinen beispiel an einem fiktiven beispiel mit irgendeiner art von maschine wir werden gleich sehen diese klasse für maschinen hat eine möglichkeit mit methoden diese maschine an und auszuschalten die idee ist wenn wir auf die checkbox im fenster klicken und damit vom zustand ausgeschaltet den zustand angeschaltet bei der checkbox gehen das dann gleichzeitig auch die maschine vom automatisch dadurch veranlasst die maschine vom zustand ausgeschaltet in den zustand eingeschaltet geht und entsprechend umgekehrt wenn wir noch mal darauf klicken dass sie dann beide die checkbox und die maschine vom zustand angeschaltet in den zustand ausgeschaltet gehen die listener klasse vom typ item listener werden wir auf dieser und der nächsten folie implementieren hier erst einmal das übliche bürokratische dass die attribute für die informationen die mitgeschleppt werden müssen eingerichtet werden und dass sie im konstruktor initialisiert werden hier sehen sie jetzt die funktionale methode des interface item listener implementiert in unserer klasse turn on off listener der hauptunterschied ist erst einmal der zu action listener und methode action performt dass wir hier kein action event sondern ein item event haben das andere möglichkeiten bietet das sehen sie hier ist selected passend zur checkbox die boolsche abfrage ob angeklickt oder ob ausgeklickt worden ist und sie sehen hier die logik die ich kurz skizziert habe implementiert wenn das klicken zum anschalten geführt hat zum anschalten der checkbox dann wird die maschine angeschaltet ansonsten wird die maschine ausgeschaltet und wenn die maschine hier mit und die checkbox hier mit angeschaltet sind dann wird der string gesetzt mit set label für die checkbox auf die ab auf die anzeige dass man hier zum ausschalten klicken soll und entsprechend umgekehrt im anderen fall eine choice ist das was im deutschen typischer weise menü genannt wird also eine möglichkeit um aus mehreren optionen eine auszuwählen und sie sehen hier einen typischen fall eine binäre abfrage ob man ja angibt oder nein oder unentschieden angibt das kann man mit methode add in die chars hineinbringen dann werden diese drei möglichkeiten im menü in dieser reihenfolge angeboten man kann wie sie das hier ausarbeiten mit menüs wissen man kann eine option voreinstellen als die die ausgewählt ist wenn man sie nicht ändert und das kann man mit der methode select machen zwei ist der index also jetzt ist 0 ist 1 und decided ist 2 das heißt also voreingestellt ist wie sie das ja meistens kennen dann die die optionen unentschieden dazu kann man dann noch einen listener basteln oder sollte natürlich ein listener basteln denn natürlich soll ja wenn man auf eine der optionen drückt irgendwas passieren und dann kann man wie sie es von den anderen komponenten haben gesehen haben auch so ein menü ins fenster einsetzen hier sehen sie eine kleine listener klasse nur illustrativ wieder gemeint also eine klasse die item listener implementiert und dann auch die funktionale methode item stay changed implementiert diese methode wird aufgerufen wann immer der nutzer die ob eine option anklickt also die option ändert und sie sehen hier wieder die bürokratie attribut konstruktor die choice ist zu merken weil auf sie in dem funktionalen methode zugegriffen wird und sie sehen was hier passiert wenn 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 also tatsächlich auf eine option geklickt wird dann wird diese methode aufgerufen und von der choice kann dann ein den der string zurückgeliefert werden den wir für diese optionen da hinein gefügt haben in die choice und wir tun jetzt nichts anderes als diese option in auf dem bildschirm auszugeben aber natürlich würde man in einem echten beispiel dann etwas anderes sinnvolles machen auch label sieht bei oberflächlicher betrachtung aus wie button aber der unterschied ist fundamental nämlich ein label ist nicht anklickbar das heißt sie können natürlich schon mit dem maus zeiger in die rechteckige fläche die zu einem label im fenster gehört dann hingehen und dann mit der maus losklicken aber es hat keinen effekt es ist nicht dafür gedacht dass man durch anklicken irgendeinen prozess auslöst sondern es ist dafür gedacht dass einfach informationen in dieser rechteckigen fläche an den nutzer der gui gegeben wird und diese information wird durch das programm gegeben hier sehen wir ein kleines beispiel hier sehen sie ein paar möglichkeiten was man mit einem label so machen kann man kann zum beispiel angeben der text der im label dargestellt werden soll wieder darin platziert werden soll hier haben uns beispielsweise für mittig entschieden für die anderen möglichkeiten finden sie entsprechende andere klassenkonstanten der klasse label wir können beispielsweise wie bereits schon beim fenster gesehen haben den die hintergrundfarbe setzen und so wie wir es bei allen anderen komponentenarten gesehen haben können wir auch mit methode app tschuldigung ein label ins fenster einfügen was jetzt hier unten sehen ist etwas neues wir schreiben jetzt unser eigenes listener interface dieses listener interface wird jetzt nicht bei komponentenarten horchen die im fenster drin sind in der gui drin sind sondern bei einer bei einer fiktiven maschine hier sehen sie dieses interface dass wir jetzt selber schreiben soll in zwei verschiedenen situationen aktiv werden soll bei der machin einer maschine horchen ob die maschine runter geht beziehungsweise wieder hoch fährt und in diesen beiden fällen sollen diese beiden methoden aufgerufen werden und das ist jetzt die klasse die wir von diesem interface implementieren und die wir hier in diesem kleinen beispiel verwenden hier auf dieser folie erst einmal wie üblich die bürokratie also das private attribute initialisiert im public constructor und so könnten in unserem kleinen beispiel die beiden methoden des interface in der implementierenden klasse dann implementiert sein dass der hintergrund auf eine entsprechende farbe gesetzt wird bei dem label und dass ein entsprechender text gesetzt wird das beispiel ist natürlich bei weitem nicht vollständig wir müssten bei unserer maschinen klasse einen ähnlichen registrierungs und mechanismus und notifikations mechanismus einbauen wie das bei frame und den ganzen komponentenarten wie button und so weiter ist das soll hier nicht das thema sein das sparen wir uns hier die gui komponenten art list ist ähnlich wie zur gui komponenten art choice bietet aber einige weitere möglichkeiten eine möglichkeit die list bietet ist die dass sie hier eine zahl reinschreiben können als ersten parameter des konstruktors der kleiner ist als die anzahl der option dann ergibt sich eine scrollbar und es werden immer nur drei optionen gleichzeitig gezeigt und durch hoch und runter scrollen wie sie das kennen kann man die anderen optionen sehen die andere möglichkeit ist die dass sie hier true oder false im zweiten parameter angeben können und true bedeutet dass sie mehrere optionen zugleich anklicken können also mehrfach nennung erlaubt falls würde bedeuten dass sie immer nur eine option angeben können und mit dieser methode get selected indexes können sie zu jederzeit ein array bekommen mit allen indizes die in diesem moment gerade angeklickt sind es gibt auch eine eigene komponenten art namens scrollbar die dienen im prinzip als schieberegler für irgendwelche einstellungen im rahmen eines intervalls und hier sehen sie das anhand eines ganz kleinen beispiels worum geht es in diesem beispiel es geht darum die hintergrundfarbe zu regulieren mit hilfe der scrollbar das heißt der nutzer kann durch hinterher hin und herschieben bei der scrollbar die hintergrundfarbe des fensters ändern nicht beliebig sondern wir legen der einfachheit halber fest dass die grün und blau anteile der hintergrundfarbe null sein sollen und nur der rotanteil variiert und wenn der rotanteil auch null ist dann haben wir halt ein schwarz wenn der rotanteil 255 der höchste stufe ist dann haben wir halt ein knalliges helles rot dazwischen variieren können wir die farbe durch den schieberegler variieren in linearer form das heißt der nutzer kann durch drauf drauf gehen auf die scrollbar und hin und herschieben die hintergrundfarbe entsprechend in echtzeit variieren und hier sehen sie jetzt die möglichkeiten wie wir die scrollbar konfigurieren können wir können zum beispiel sagen sie soll vertikal sein werden natürlich auch sagen können die soll horizontal sein hier ist die vor der voreingestellte wert wenn die scrollbar eingerichtet wird dann soll auf diesem wert der schieberegler sein wir haben uns hier entschieden für den mittleren wert ist ja eine häufige wahl dieser parameter sagt die 16 hier wie viel vom gesamtanteil vom intervall 0 bis 255 jeweils sichtbar sein soll und hier legen wir dann die grenzen auch tatsächlich fest das heißt also in der scrollbar ist dann festgelegt ganz links hat den wert 0 ganz rechts hat diesen wert 255 den hätten wir natürlich auch anders legen können aber es macht sinn wenn wir sowieso hier eine lineare skala von 0 bis 155 haben dass wir die interne skala mit der die scrollbar intern rechnet genauso festlegen und dann fügen wir die scrollbar wieder wie üblich ein hier ist die initialisierung mit dem mittleren wert und wenn wir an der scrollbar herum spielen dann soll natürlich auch entsprechende effekt kommen dafür gibt es wieder eine ein eigenes listen interface von dem wir dann wieder wie bisher auch eine klasse ableiten und hier sehen sie die gesamte listener klasse die wir zu schreiben haben das interface adjustment listener implementieren um tatsächlich den schieberegler mit der hintergrundfarbe des fensters in beziehung zu setzen das heißt also wir brauchen ein verweis auf das fenster in dem wir die hintergrundfarbe ändern wollen und hier sehen sie dass die hintergrundfarbe wird geändert hier sehen sie dann von dem adjustment event gibt es eine methode get value die zurückliefert im bereich 0 bis 255 also das was wir als internen bereich in der scrollbar definiert haben der wert der sich durch hin und her schieben des schiebereglers durch den nutzer ergeben hat was uns noch fehlt sind komponentenarten für das eingeben von text dafür gibt es im prinzip zwei text field und text area für die beiden verschiedenen fälle die sie aus der arbeit mit gui's kennen nämlich zur eingabe einer zeile beziehungsweise zur eingabe eines textes der sich über mehrere zeilen erstrecken kann jetzt betrachten wir erst einmal text field danach kommt text area beide klassen sind abgeleitet von einer gemeinsamen basis klasse text component ja offensichtlich haben ja text field und text area sehr viel an funktionalität gemeinsam deshalb hat man sich entschieden diese gemeinsamen funktionalitäten aus diesen beiden klassen heraus zu faktorisieren in eine gemeinsame basis klasse damit diese gemeinsamen funktionalitäten nur einmal implementiert werden müssen für text field schauen wir uns jetzt ein einfaches beispiel an ein sehr gängiges beispiel nämlich eine zeile in das fenster einzufügen indem man ein passwort eingeben kann wir entscheiden uns dann dass dieses passwort höchstens 256 zeichen lang sein kann Sie sehen es gibt hier die möglichkeit wenn wenn z echo car nicht gesetzt wird dann wird einfach jedes zeichen das sie eintippen als echo dann angezeigt wenn sie ein mit z echo car ein anderes ein spezifisches zeichen angeben sehr häufig der stern nicht das kennen sie ja dann wird nur dieses zeichen angezeigt und da wir ja text eingeben ist wieder der key listener hier von bedeutung text field hat eine möglichkeit um einen key listener zu registrieren und wie üblich fügen wir dann dieses passwort fällt in das fenster ein auf dieser und der nächsten folie implementieren wir dann die listener klasse wir haben das schon gesehen wir implementieren nicht direkt das interface key listener sondern leiten von key adapter ab Sie erinnern sich es gibt ja drei verschiedene fälle die bei tastendrucken unterschieden werden einerseits nur das antippen das leichter normale herunterdrücken der taste und sofort wieder freigeben dann das herunterdrücken und gedrückt halten und dann das wieder freigeben hier interessieren wir uns nur für den ersten fall das heißt also wir werden die methode von key listener für den ersten fall gleich auf der nächsten folie implementieren und die anderen beiden fälle die werden wir einfach als leere also an als methoden ohne anweisung ohne effekt dann von key adapter erben wir implementieren also nur die methode key typed von key listener und diese implementation sehen sie hier von dem key event bekommen wir heraus welche taste tatsächlich gedrückt worden ist und die eigentlich nur interessierende taste ist die enter taste die ja die eingabe des passworts abschließt wenn die enter taste gedrückt worden ist dann wird das gesamte der gesamte inhalt das gesamte passwort dann an den passwort händler weitergegeben wie gesagt das interessiert uns nicht was da jetzt genau passiert haben wir hier ausgelassen wenn irgendeine andere taste gedrückt worden ist nicht die enter taste dann heißt es dass immer noch das passwort nicht vollständig ist und dann wird nichts gemacht bleibt noch die zweite art von text komponente text area auch wieder ein kleines beispiel nur hier auf dieser folie sehen sie wie man so ein text area so eine textfläche konfigurieren kann hier wird bei der einrichtung der erste parameter gibt an immer dann wenn der inhalt dieser textfläche leer ist was soll dann angezeigt werden und hier muss für eine typische anzeige entschieden nämlich die anzeige dass man hier eben tippen soll hier sind zeilen zahlen und spalten zahl von der text area und wir haben uns dafür entschieden beide scrollbar zu haben horizontal und vertikal werden uns natürlich auch dafür entscheiden können nur horizontal oder nur vertikal mit den entsprechenden anderen klassen konstanten von klasse text area wir brauchen hier noch eine spezielle listener art dafür auch wieder eine klasse zu implementieren die die diesen listener eben implementiert und zwar für zwei fälle einerseits dass das text area jetzt den fokus des mauszeigers bekommt und einmal dass er ihn wieder verliert also typischerweise sieht das in der interaktion durch den nutzer ja so aus den fokus bekommt so eine fläche dadurch dass sie da reingehen mit mauszeiger und draufklicken dann ändert sich ein bisschen die die gestalt dieser dieser fläche um anzuzeigen dass wenn sie jetzt los tippen dass dann alle zeichen die sie tippen in diese in dieses text feld hineinkommen und irgendwo anders hin und wenn sie dann rausgehen und woanders hin klicken dann ist der fokus wieder für dieses textfeld verloren auf dieser unter nächsten folie nun noch die lesner klasse diese lesner klasse ein objekt dieser lesner klasse braucht natürlich ein verweis auf der das text area zu dem es gehört und braucht auch noch die information was eigentlich hineinzuschreiben ist wenn das textfeld leer ist denn es gibt situationen das werden wir gleich auf der nächsten folie sehen in denen dieser string wieder in das text in diese textfläche hineinzuschreiben ist nun zum abschluss noch die beiden methoden von focus listener die wir zu implementieren haben die eine für den fall dass die textfläche den fokus bekommt das also von diesem moment an vorher hatte sie nicht den fokus aber von diesem moment an wird alles was wir jetzt auf der tastatur tippen in diese textfläche hinein getippt und für den fall dass der fokus verloren geht also letztendlich dass irgendeine andere komponente auf dem bildschirm jetzt den fokus bekommt und sie sehen hier wenn der fokus bekommen wird dann prüfen wir noch nach ob wir gerade den leeren fall haben und dann streichen wir diesen text den wir vorgesehen haben für diesen fall und dann kann man lostippen mit einem leeren textfeld und umgekehrt wenn der fokus verloren geht und das textfeld ist leer dann soll eben dieser text angezeigt werden